Hallihallo und Willkommen zurück zu Crysis Core Final Fantasy 7. Letztes Mal haben wir einige Missionen freigeschalten, die wir auch gleich angehen wollen heute. Und zwar wieder Ende des Wuterkriegs, die Linaris Einheit. Die sollten relativ einfach sein und es gibt nichts Besonderes hier zu bekommen. Allerdings das einzige was es vielleicht wert wäre hier vorbeizuschauen ist ein neuer Shop, den wir uns dann am Ende der 6. Mission als Belohnung bekommen und uns natürlich dann auch gleich anschauen werden. Ah, da ist noch eine Kiste. Natürlich ist da noch eine Kiste, aber klar. Au, was soll das? So, und hier ist eine Kiste. X-Potion nicht übermäßig schlecht, aber auch nicht wirklich total gut. So ist das auf der rechten Seite, ja ok. Ja, ich weiß nicht ganz genau, also wir sind jetzt zwar schon noch nicht fertig mit dem 6. Kapitel, eigentlich haben wir noch nicht wirklich angefangen mit dem 6. Kapitel um genau zu sein, weil es geht ja noch nach Modeo heim, wie uns NGU schon verraten hat. Aber ich war etwas überrascht darüber, dass man hier quasi mitten in der 6. Mission so eine kleine Nebenmission machen muss, die mit der Story Mission eigentlich nicht wirklich etwas zu tun hat. Die ganze Lunaris, also der ganze Lunaris Zeug da, das hat nicht wirklich etwas damit zu tun, worum es im 6. Kapitel wirklich geht. Und jetzt die nächste Mission starten. Ich glaube, das haben sie vor allem deswegen auch gemacht, weil sie drauf gekommen sind, dass die Leute bis hierher sehr, sehr wenig Missionen gemacht haben, wenn sie nicht wirklich dazu aufgefordert wurden. Und um ihnen die Vorteile von Missionen genau nochmal darzulegen, indem man bekommt ja ziemlich viele Items und levelt auch relativ gut. Um das dem Spieler nochmal klar zu machen, haben sie dann eben eine Zwischenmission eingefügt, bevor es zur eigentlichen Story Mission geht. Also, ganz wirklich verstanden habe ich es nicht, aber... Ja... Die Missionen hier sind nicht allzu schwierig. Nur kurz schauen, dass ich mich dort nicht verlaufe. Ja, und dass ich keine Kiste vergesse. So wie letztes Mal. Zumindest keine wichtige. Also, es gibt hier keine wirklich wichtige Kiste deswegen, weil die ganzen Items, die man bekommt, sind meistens nur so... Normale Substanzen, Elixiere, Äther... Ja... Allheilmittel, Explosions... Das ist nichts, was man wirklich extrem dringend brauchen würde. Man nimmt es natürlich mit, um es nicht kaufen zu müssen. Und vor allem, wenn man es bei der Substanzfusion dann noch brauchen kann. Ah, gut versteckte Kiste! Federkappe! Aktivieren, Kombat-Mode! Da mache ich mir übrigens nicht mal die Mühe, um hier wirklich... Äh, um hier wirklich Barriere aufzusetzen, weil die sind alle so einfach noch, dass sich das nicht auszahlt. Au! Okay. Da hätte mir Barriere sowieso nicht geholfen. Wirklich gern hätte ich vielleicht... An Stopp-Impulse ist übrigens gar nicht so schlecht. Den werde ich mir aufheben. Den kann man später ganz gut brauchen. Den Gegner stoppen ist natürlich immer gut. So, hier gibt's... Ah, das ist wieder so eine Runde... Ah, das ist so blöd hier... Weißt, ich muss zuerst nach links... Da ist nämlich auch eine Kiste versteckt. Naja, natürlich genau am anderen Ende. Sind zwei Kisten sogar versteckt. Wahnsinn! Aber wenigstens ist es eine neue Karte... Auch... Sie sieht zwar nicht viel anders aus als die anderen Slum-Karten, aber sie hat ein neues Layout zumindest. Also dieses Layout kommt sehr selten vor im Slum, also... Zumindest in den... ersten paar Missionen... Es ist mir sogar recht, dass ich... Hm? Komm! Au! Da ist noch einer! Okay! War es doch keine gute Entscheidung, hier den Kampf anzutreten, sondern die doch an der Wand weitergehen sollen. Aber Level Up für... TP-Verstärker! Juhu! Du hast ihn! Komplett Result! So, jetzt aber... Hm... Schmeißen wir uns gleich in die Poschen rein. Jetzt sind wir auf 2300 circa. Das sollte genügen. Für die meisten Gegner hier. Damit ich mich nicht verlaufe hier jetzt... Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Genau. Die Frage hat der rechts jetzt auch noch... Wenn der Kiste ist... Nicht. Okay. Dann gehen wir gleich links weiter zum Endgegner. Noch ein Blitz, den ich natürlich... Ah, jemand hat mich auch gefragt, warum ich statt... Ähm... Nachdem ich gerade keine Material aufgesammelt habe. Ich habe hier Feurer ausgerüstet. Und ich... Hab irgendwann mal Feurer aufgenommen. Stimmt, ja. Könnte ich natürlich austauschen. Werde ich jetzt auch machen, weil Feurer... Ja... Perfektioniert ist schon. Stehen lasse ich mal so. Vor allem, weil es mir plus 50 AP gibt. Und weil ich es nicht mehr brauchen kann. Ja. Der Rest bleibt so. Also der Hinweis, dass ich Feurer ausrüsten soll, ist natürlich... Richtig gewesen. Ich habe es einfach übersehen. Und es ist jetzt nicht so extrem wichtig. Weil... So oft brauche ich die... Elementar-Zauber nicht und... Wenn man sie nicht braucht, warum sollte man sie wieder ausrüsten? So. Die ersten zwei ledigt. Jetzt kommt der letzte dran. Ist auch nicht schwierig. Kraftreif haben wir auch schon genug. Na, die nächste Mission ist wenigstens etwas kürzer. Weil die hat zwar keine Kisten... Aber dafür einen relativ starken Gegner. So. Neues Einheit. Mobile Einheiten. So. Ah, das... Okay. Wo ist der Gegner? Wahrscheinlich genau rechts von mir sein irgendwo da. Naja. Dann wird sie doch nicht so kurz wie ich erwartet hätte. Es gibt auf jeden Fall keine Kisten hier. Ja! 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 Aber jetzt werde ich dann nämlich wieder anfangen. Zumindest beim Bosskampf... Barriere aufzusetzen. Weil... Ja... Die großen Gegner können dann schon ziemlich Aua zuhauen. Da ist er schon. Aktivieren in den Kombat-Mode. Bei der kleinen Gegner ist es vorerst noch nicht nur wenig, glaube ich. Ich muss nur schauen, dass ich nicht... Aua. Dass ich nicht getroffen werde, dann geht's schon. Hallo, jetzt ist aber Ruhe hier. Wahnsinn, wie viele Schaden die machen. Natürlich würd sich's vielleicht hier jetzt auch auszahlen. Na, dann level up. Juhu. Ähm. Nicht die Heimestiefel, sondern noch einen Schockabsorber auszurüsten. Weil der Schockabsorber bringt immerhin 40 Konstitutionen, was schon relativ viel ist eigentlich. Schauen wir mal, ob das vielleicht nicht eine gute Idee wäre. Ja, jetzt muss man mal ausrüsten. Eigentlich 126, was dann doch schon den Schaden, den ich bekomme, deutlich verringert. Und ich glaube jetzt in den Lunaris-Missionen kommen sowieso keine... Die kommen sowieso keine Gegner, die mich irgendwie Stopp austeilen können. Deswegen... Ja. Bei den zwei Endgegnern in der 6-Mission weiß ich's nicht auswendig, aber ich glaube, die können's auch nicht. Deswegen... Ich behalte's mal so und rüste's nur dann gegebenenfalls um, falls ich's wirklich brauchen sollte. Aber hier... Zuerst Barriere. Dann fangen wir auch mal wieder an zu stehlen. Wenn's geht. Ja, pushen ist natürlich nicht so aufregend. Die müde ist omnipend. Ich bin nach demyesš Agora folgenden. Und bowling cur Ich bin gespannt, wie auch alle bläss Jochen und alle Sicherheit. Da hat dieusta dürfen wire zuracuse sein. Also w Kyungnam-Dealous gut. Bitte sehr gut. Nächste Mission, sollte auch nicht wirklich weiter schwierig sein. Feinliche Basis, die sind jetzt auch schon als normal gekennzeichnet, also wirklich nicht so, wie man sich Sorgen machen müsste. Das ist die gute Frage, wo er jetzt steht. Schauen wir, jetzt sind wir da rüber. Das ist die Frage, wo der Gegner jetzt ist. Es gibt hier quasi zwei Gänge, einer rechts, einer links, einer nach oben. Und ich muss für beiden irgendwie... Ah, ich gehe mal zuerst hier. Und schaue... Ja, richtig geraten. Also hier ist der Gegner offenbar nicht. Das heißt, er ist im anderen Arm. Und ich kann die Kiste aufsammeln mit einem High Potion. Und dann gehen wir zum Endgegner. Das ist wieder der gleiche Endgegner wie vorher, also naja. Das ist etwas, das durch die Missionsstruktur auch sehr stark auffällt, dass sie sehr viele Gegner, auch als Bossgegner, nochmal verwendet haben oder in leicht abgewandelter Form verwendet haben, was vielleicht nicht so optimal für den Fluss des Spiels ist. Aber zumindest streckt es die Spieldauer um einiges. Phoenixfeder, kennen wir auch schon. Ja, auch nicht mal eine Push. Ich glaube, man kann maximal eine X-Pushen von ihm bestehen, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, ich probiere es hin und wieder mal. Aber es kostet mich ja nur eine Aktion. Und zwei Sekunden, die das dauert, habe ich ja noch. Ah, und hier bekommen wir eine neue Substanz, Tod. Die haben wir noch nicht gesehen. Die werden wir noch nicht verwenden, glaube ich. Aber ich schaue sie mir kurz mal an. Na. Genau. Macht einfach Gegner kampfunfähig. Das ist nicht wirklich aufregend. Dann geht es halt gleich auch zur nächsten und mittlerweile letzten Mission der Lunaris-Einheit. Also des Lunaris-Einheits-Folders. Ja, da geht es wieder auch nach links und rechts. Gehen wir zuerst nach links. Und sammeln Kisten ein. Was gibt es hier überhaupt? Ja, irgendwo ist nämlich in der Kiste hier... Nein, das war es nicht. Nein, ups. In einer der Kisten hier ist nämlich dieser Shop versteckt. Den bekommt man nicht als Belohnung, sondern nur als Shop... Also als Kisten... ...inhalt. Das heißt, man muss wirklich alle Kisten aufsammeln jetzt. Wenn man will, dass man den neuen Shop bekommt. Und das wollen wir natürlich. Und der Grados geht sowieso auch nicht weiter. Ich schade, ich kontrolliere nochmal kurz, ob nicht hier die Kiste liegt. Hätte ja sein können. Ich traue denen alles zu. Und das gibt es noch. Keinem Elixier gibt es auch noch zu finden hier. Also müssen noch zwei Kisten irgendwo sein. Da ist auch noch eine ganz schöne Strecke, die ich hier abgrasen muss. Wahrscheinlich sind beide Kisten dann hinter der nächsten Brücke dort. Nicht links abbiege dort. Aber ich werde es bald sehen. Zur Kontrolle. Zur Kontrolle schaue ich dann mal, ob das hinten nicht... ...ja, das ist wieder so. Ja, aber klar. Dass es mich der trifft. Ah, da hinten ist noch eine Kiste. Okay, dann gehen wir gleich dort hinten mal hin. Der Entgegen ist offenbar auch nicht hier, also... ...voraus Kisten sammeln. Da haben wir das Schildkrötenparadies. Mal eins. Das ist eben dieser neue Shop. Wobei der Schildkrötenparadies auf Deutsch wahrscheinlich eine der besten Übersetzungen überhaupt im Final Fantasy Universum ist. Weil auf Englisch heißt der Schildkrötenparadies nämlich Happy Turtle. Und ich finde den Namen Schildkrötenparadies sogar noch etwas besser und eingängiger und lustiger als Happy Turtle. Also... Wo ist jetzt mein Elixier? Ah, hier ist es. Also da haben sie bei der Übersetzung ganze Arbeit bereistet. Ja, aber ja klar. Kämpfe sind nicht wirklich aufregend, wie wir sehen. Sie sind zwar schon... ...halbwegs knackig, sagen wir so. Aber wenn man sich bis jetzt ganz gut geschlagen hat, sollten sie kein Problem darstellen. Schauen wir mal, was wir stehen können. Auch nur Potions, das heißt ich lasse das mal. Und hofft, dass ein Limit kommt. Na, endlich. Haben wir schon länger nicht mehr gehabt. Vor allem auch interessant für den Rauschzuspanns. Weil ich auch schon durch den T4-Verstärker auch etwas mehr Lebenspunkte habe. Und weil ich mich jetzt etwas schwereren Missionen widme. Sagen wir mal so. Ah, das ist wieder ein Lunaris-Typ und der fragt, warum wir ihn wieder leben lassen. Keine Ahnung. Ja, und Helden können keine Leute, die am Boden liegen, herumtreten oder so. Ich glaube nicht, dass ich immerhin kaum so dann quasi als neuer Bossgegner, der bessere Items für uns hat. Ja, ich glaube nicht, dass es das letzte Mal ist, dass wir den Lunaris-Kommandanten gesehen haben. Und als Belohnung für all unsere Mühen bekommen wir noch ein Gebirgs-Chocopo-Armband. So, okay, jetzt geht es weiter mit einigen Missionen, die wir also jetzt machen können, die nicht mehr so schwierig sind. Ja, das ist vielleicht etwas schwer. Auch das ist noch ziemlich schwierig. Ups. Also, machen wir mal die ertragreiche Ebene. Und ich schaue mal kurz hier, was es hier alles zu finden gibt, damit ich nichts vergesse. Wo ist es? Da auch nichts. Genau. Moment. Was gibt es da? Ah, keine Kisten. Was? Es gibt hier keine Kisten? Saftladen. Tatsächlich. Na ja, gut, okay. Aktivieren in Combat-Mode. Dann sind wir dafür auch gerüstet. Ja, und Bomber sind natürlich auch da. Schlussendlich ist, während er die Animation vom Vergrößern hat, kann man ihn schon angreifen, aber man kann ihn nicht... Okay, man kann keinen Schaden austeilen auf ihn. Wo sind jetzt die Gegner überhaupt? Ich dachte, die sind auch hier. Ah, sie sind eh dort. Okay, man sieht sie noch nicht, weil es keine Käfer sind. Okay. Na dann. Ja, aua. Ja, das ist vielleicht nicht so toll. Danke. Können wir das vielleicht stoppen hier? Danke. Danke. Und da hinten sind die Bosse hier und das ist ein kleiner Käfer. Nicht nur einer, sondern er bringt seine zwei Freunde mit. Und das heißt für uns, wir werden zuerst die Käfer machen. Der Typ kann uns wieder natürlich stoppen mit seinem Shooter-Angriff. Deswegen können wir die Hemmestiefel ausrüsten. Sonst, es ist nicht so, dass man so extrem gut sterben könnte hier, aber... Bevor man hier in den Stock steht, ist es natürlich besser, die Hemmestiefel ausgerüstet zu haben. Bevor wir... Naja, der Mief ist natürlich auch unnötig. Teilt eben das aus. Ah, Fluch. Naja, gut. Nicht so tragisch. Können wir da. Ein Heilmittel dagegen. Au, ho, 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 wow. Gut. Bevor wir das weitermachen, schauen wir mal, ob wir den Fluch mit Minika wegbekommen. Ja. Weil Fluch ist natürlich deswegen blöd, weil sich dann unser Glücksrad nicht dreht. Und unser Glücksrad bringt uns Limits und Limits sind cool. Deswegen flug einfach loswerden. Theoretisch teilt dieses Mief, glaube ich, auch Stille aus. Deswegen ist es sehr wichtig, hier auch um Stille gewappnet zu sein. Aber das sind wir alles schon. Kein Problem für uns, wir sind ordentlich ausgerüstet. Wir bekommen einen Quadraslot hier. Und als Belohnung für die Mission eine Joker-Mobs-Feder. Oder zwei sogar. Bekomme ich da irgendwas Tolles eigentlich? Ja. Wir bekommen als, ich weiß schon, als letzte Belohnung bekommen wir etwas halbwegs Tolles. Aber schauen wir mal, ob die nicht zu schwer werden dann später. Ich werde einfach noch weitermachen, bis sie dann so schwer werden, dass sie unangenehm werden. Schauen wir mal, ob hier hinten nichts ist. Keine Kiste. Also das hat jetzt mit der Story leider überhaupt nichts zu tun. Aber ich will die Story vor allem deswegen noch rauszögern, weil bis zum nächsten Mal schaue ich mir auch noch ganz genau den Guide zum Material fusionieren an, um dann gleich am Anfang herzuzeigen, wie es am optimalsten funktioniert. Wie es funktioniert, wenn man vielleicht noch nicht so weit aufgelevelte Substanzen hat. Und das muss ich mir alles genau anschauen und zusammenschreiben und das dauert noch. Und deswegen will ich die Story-Mission etwas hinauszögern, weil ich vorher noch Material fusionieren will. Und ja, klar, was da kommt. Äh, verdammt. Falsche Richtung. Vor allem die nächste Story-Mission ist... Er hat... Ja, ist für die Story wahrscheinlich am relevantesten überhaupt. Also das ist eine der coolen... Au, verdammt. Das ist natürlich nicht so toll. Das heißt, wir müssen die Mission nochmal starten. Das ist der Grund, warum man normalerweise hier jetzt immer Barriere zaubert. Scheiße. Also Missionen. Ups, falsch. Natürlich ist die jetzt nicht mal als neu gekennzeichnet, weil ich sie ja schon probiert habe. Aber wir haben die Kiste schon bekommen. Das heißt... Wir müssen uns nicht hier... anstrengen, die erste Kiste zu bekommen. Was nicht wirklich anstrengend war. Aber, ja. Lustig finde ich auch, dass alle Kisten... Also zumindest alle Kisten, die ich kenne, stehen auf jeden Fall irgendwo am Rand von einer Zone. Im jeden Fall, ja. Das ist deswegen lustig, weil... Wenn man sich die Kisten holt, macht man intuitiv das, was vermeidet, dass man Zufallskämpfe bekommt. Und das ist... Ich weiß nicht, ob das gewollt war von den Typen, so dass man quasi durch die Kisten gelernt bekommt, immer am Rand zu gehen. Und wenn man am Rand geht, bekommt man keine Zufallskämpfe. Vielleicht aus Absicht. Vielleicht ist es auch einfach nur Zufall. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall brauchen wir hier jetzt Barriere. Und ausweichend ist natürlich auch immer gut. Ganz klar. Ausweichend ist sogar meistens besser, als einfach den Schlag einstecken. Das sind übrigens jetzt schon auch schon Gegner, die sich dann wehren können, wenn sie quasi von mir dauernd angegriffen werden. Was alles für eine Hypo-Schümerzoll. Das heißt, die sind schon ganz gut unterwegs. Und sind nicht so easy wie die ersten paar Gegner. So, ein Gegner kommt noch. Glaube ich zumindest, dass ich jetzt noch einen Gegner komme. Nein, doch nicht. Okay. Dann auf zum Endgegner. Nicht vergessen, unbedingt Barriere setzen. Und den Shooter-Schlägen idealerweise ausweichen. Oh, Cisney. Super. Vielleicht bekommen wir das Limit, ja. Wäre ganz gut. Yay. Da brauchen wir es nicht heilen. Und dadurch, dass die beiden zusammenstehen, können wir jetzt quasi doppeldeck kritische Treffer austeilen. Und unser, stimmt, genau, das habe ich ganz vergessen, wenn Season's Limit kommt, dann besteht auch die Chance, dass, dass die DPW-Stufe auf Maximum gestellt wird, was jetzt momentan der Fall war. Also, Season's Limit hat mehrere Vorteile. Ein Fusions... Ah, ja, stimmt. Nicht nur eins, sondern insgesamt drei Funktions-Untensilien bekommen wir hier. Allerdings gibt es hier wieder keine Kisten. Und die Gegner sind wieder dort, wo wir es schon vermuten oder kennen. Aktivieren den Kombat-Mode. Irgendwer erinnert sich nicht wirklich momentan, aber macht nichts. Kommt so gut auch gut so zurecht. Bei dem Atem sollten wir natürlich ausweichen. Der kann Confus, glaube ich, auch austeilen, was... Au. Was auch ziemlich nervig ist. Aber... Confus arbeitet, glaube ich, hier in... Ich habe es noch nicht drauf gehabt, jetzt. Aber ich glaube, hier in Crisis Core arbeitet es so, dass es einfach die Steuerung imitiert. Und einige Sachen umlegt von den Tasten. Aber, keine Ahnung. Da kommt, Seffi. Und wir sind voll im Rausch. Die Anzahl der HP, die man bekommt, dadurch, dass ein Limit ausgelöst wird. Also, die Anzahl der HP, die man quasi in Rausch-Zustand bekommt, hängt auch davon ab, wie hoch die DBW-Stufe momentan ist. Also, das ist auch nicht wirklich extrem, extrem trivial, aber es ist zumindest halbwegs logisch, dass die DBW-Stufe auch darauf Einfluss nimmt. Und weil ich ja natürlich momentan auf Stellar bin, heißt das... Momentan bin ich nur mehr auf Orbital. Heißt das, dass die Bonus-HP, die ich bekommen habe, mich quasi auf den Maximal-Bonus gehoben hat. Irgendwas sollte ich machen, jetzt kurz... Ah, nein. Hey, wo sind die Gegner? Ah, da drüben sind die. Ah, doch nicht da, wo ich sie vermutet habe. Egal. Barriere. Vergessen, weil der ist einmal Treffung, einmal tot. Komm, geh weg. Komm, geh weg. Also, die Straußen-ähnlichen Typen hier habe ich am nervigsten empfunden. Weil sie eben Stopp austeilen können und dann auch relativ viel Schaden machen, dann in späteren Missionen. Ja. Die haben mir einiges an Nerven gekostet, beim ersten Mal durchspielen. Juhu. Limit ausgelöst, das heißt. Na ja, unsere Limitstufe sinkt schon wieder, verdammt. Was soll das? Sehr unnötig, wirklich. Ah, vielleicht sehen wir jetzt Odin oder Bahamut. Haben wir beide noch nicht gesehen. Odin, Odin, yeah. Das erste Mal Odin. Juhu. Okay, dann schauen wir uns die mal an. Und Medica ist perfektioniert. Sehr gut. Nein. 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 Das soll gar nicht ernst sein jetzt, oder? Alter. Jetzt kommt... Ach Gott, ist das bescheuert. Sorry für meinen Fluchen hier, aber das war jetzt wirklich nervig. Uh, der macht sogar 1300 Schaden, ohne dass ich... Ah, okay, zit. Sehr gut. Der macht sogar 1300 Schaden... Oh, was soll das? Ohne dass ich... Hey, bin ich jetzt... Ah, das ist... Ah, die teilen nicht stopp aus, die teilen benommen aus, was natürlich auch blöd ist. Komm. Lasst mich in der Ruhe, lasst mich in der Ruhe. Ich will die Bombe zuerst mal fertig machen. So, jetzt soll ich den Kampf halbwegs unter Kontrolle. Sehr gut. Ah, ich soll vielleicht irgendwas, irgendeinen Auslösungsgegenstand auch reinnehmen, der gegen benommen schützt. Aber wie dem auch sei, wir bekommen hier drei Dunkelopale, die man dafür verwendet beim Fusionieren eben. Die quasi die stärkeren Eigenschaften herausbringen. Und das ist auch einer der Grund, warum ich die Mission überhaupt gemacht habe. Genau. Kostbarkeiten wieder. Schatzjäger. Schatz in den Höhlen. Das ist schon extrem. Soll ich das überhaupt noch machen? Ich weiß gar nicht. Das ist auch noch schwierig. Ja, ich mach mal die elektromagnetische Gebäudehöhle. Die werden auch relativ schnell und relativ schwierig, weil sie eigentlich dafür da sind, sie zwischen den Kapiteln immer zu machen. Aber dadurch, dass die erste schwer ist, werden wir die mal machen. Und uns ansehen, was bekommen wir hier überhaupt. Ich weiß nämlich nicht auswendig. Ich muss kurz nachschauen. Während ich hier mal schaue, ob da ist die Kiste. Was war das jetzt? Ich hab gar nicht gelesen. Ah, ich schaue nachher nach. Ich wollte eigentlich meinen Geist runterscrollen dorthin, wo ich... Genau. Was war das? Ah, ein... Hier ist eine Substanz und zwar... Wie heißt sie? Bann, genau. Die hilft, ähm... Wenn Gegner auf uns irgendwelche bösen Statusveränderungen draufzaubern, die wir nicht mit Medica lösen können, dann können wir es mit Bann lösen. Das ist leider sehr, sehr speziell und brauchen wir am Anfang gar nichts. Also... Nicht wirklich toll. Also, das ist schon toll für später dann. Dadurch, dass ich weiß, dass es die einzige Kiste ist, kann ich mir da jetzt sparen, da reinzugehen. Und noch nach weiteren Kisten zu suchen. Aber wie gesagt, halt, halt. Okay, jetzt gab es kurz einen Leck. Sorry. Keine Ahnung, was den Leck verursacht hat, aber ich hoffe, er ist jetzt weg. So, wir stellen nochmal unsere Barriere auf. Um gegen diese Kreisattacken etwas besser geschützt zu sein. Ah, der stellt natürlich auch benommen aus. Es wird jetzt echt Zeit, dass ich einen Gegenstand dagegen. Auch ausrüster. Benommen und Stopp sind meiner Meinung nach die zwei nervigsten, wobei Benommen jetzt nicht so tragisch ist. Dann bekommen wir noch eine Stoppklinge. Hey, cool. Die nächste Mission würde ich vielleicht auch noch gerne machen. Dann bekommen wir etwas, was ich sehr gerne hätte. Zwar keine Substanz, sondern etwas anderes, aber... Wir sehen uns dann gleich. Genau. Und das bekommen wir sogar als Reward. Das heißt, das wäre sogar egal, wenn ich eine Kiste verpassen würde. Es sind nämlich zwei Kisten hier. Nein, drei Kisten hier. Wo sind die alle? Keine Ahnung. Kann ja nicht mehr so weit sein. Wenn diese Konfiguration von... Ah, da hinten sind zwei. Wenn diese Konfiguration von Mission kommt, dann immer zuerst... Ups. Immer zuerst hier nach links gehen, weil rechts ist meistens der Boss. Das sehe ich hier schon. Wobei natürlich das links und rechts auf die Karte bezogen ist und nicht auf die Kreuzung an sich, wenn man davor steht. So, gerade wieder hast du Diamant-Handschuhe. Ah, da hinten ist die Kiste. Habe ich die was sehen? Bin ich echt schon super blind? Wahnsinn. Okay. Dritte Kiste. Ich sollte wirklich mal zum Optiker gehen. Und da hinten ist der erste Gegner. Da zahlt es sich vielleicht sogar aus... Zahlt es sich vielleicht sogar aus... Eine Blitz-Substanz auszurüsten. Weil der Typ ist nämlich ziemlich stark gegen physische Angriffe und macht es ziemlich schwierig hinter ihn zu kommen. Ich werde wahrscheinlich... Ja. Oh toll, jetzt bekomme ich einen Luftschlag, den ich jetzt gegen eine Gegner sowieso nicht brauchen kann. Ich versuche, ich versuche! Ich versuche jetzt mal den Blitz aus, den stärksten Blitz, den wir haben. Wir haben eh einen Blitz-Gas, sehr gut. Wir setzen zuerst mal unsere Barriere auf. Wir werden ja gleich mal Blitz probieren. Das macht nämlich deutlich mehr Schaden als alles andere hier. Und es trifft mehrere Gegner gleichzeitig, wenn ich sie treffe. Macht den Postkampf natürlich fast trivial. Andernfalls wäre er doch etwas schwer gewesen. Und wir bekommen Zustandsschutz. Schauen wir mal, ob das wirklich das macht, was ich glaube. Es ist nicht so gut wie eine Schleife, aber... Schauen wir mal, gegen was es alles schützt. Ich habe nämlich aufgeschrieben, ich brauche es nämlich irgendwann dann. Habe ich den schon gehabt. Also. Intensilien. Sortieren. Mathematisch. Ausrüsten. Zustandsschutz. Wo ist er? Da ist er nicht. Da ist er auch nicht. Da ist er auch nicht. Da ist er nicht. Das ist übrigens das Item, das mir ermöglicht, bis zu dreifache TP zu bekommen. Wo ist der Zustandsschutz jetzt? Ah, keine Ahnung, wo der jetzt hin ist. Ich dachte eigentlich, dass es eins von den Items, das ich ausrüsten kann. Oder es ist eine... Weil es ist ein Item und keine Material. Hm, komisch. Ich schaue mir das bis nächstes Mal noch an. So, soll ich die Ödnis-Hölle auch noch machen? Ah. Ja, ja. Ja, machen wir das. Da bekommen wir nämlich eine Substanz, die ich auch halbwegs gut brauchen kann. So. So. Auch hier. Pushen ist natürlich... Ups. Nicht so toll. Nach rechts. Dann nach links. Ja, schauen wir jetzt erstmal, was in der nächsten Kiste drin ist. Es sind nämlich noch zwei Kisten. Stimmt. Nein. Eine Kiste ist noch. Okay. Stimmt. Nix hier. Okay. Ja, es sind nämlich diese blöden Zustandsausteiler wieder. Ups. Sollte ich natürlich nicht. Sollte Kürbis-Atem kann ich mir gestohlen bleiben. Ja. Ist allzu schwierig, weil die Gegner nicht allzu viel Schaden austeilen können. Nicht wirklich viel aushalten. Das Einzige, was sie machen können, ist ziemlich viele Zustände austeilen. Und das ist nicht wirklich toll. Und wir bekommen eine Elementarangriffssubstanz. Das heißt... Wo ist sie? Hatte ich die schon? Nein, glaube nicht, oder? Genau. Genau. Bindet die Elementare Beschaffenheit gleichzeitig ausgerüstete Materia an den Angriff. Das heißt, wenn ich die ausrüste und gleichzeitig Feuerer oder Feuerger ausgerüstet habe, dann mache ich einen Feuerangriff. Wenn ich gleichzeitig Feuerer, Blitzerer und Eiserer ausgerüstet habe, mache ich einen Feuer-Blitz-Eis-Angriff. Ziemlich cool. Werden wir später noch verwenden. Jetzt noch nicht. Wenn ich da weitermachen würde, dann... Ups, Entschuldigung, da wollte ich nichts hören. Noch nicht. Nächstes Mal vielleicht. Naja, die sind alle schon schwer. Die mache ich dann nächstes Mal. Also die Extremen hebe ich mir jetzt noch auf. Die anderen überhinweise hebe ich mir auch noch auf. Was ich jetzt mache, ist... Ja, wir speichern mal. Haben wir volle HP. Ich überlege gerade, ob ich nicht die Federkappe ausrüsten sollte. Toxin und Stum. Also Stum würde ich nicht loswerden. Die Federkappe zahlt sich insofern dann aus, wenn wir immer einen Rausch zu schlagen. Sinn wir momentan noch nicht. Ich lasse die Federkappe jetzt mal liegen. Also die Hemmestiefel und... Das Schützen gegen Toxin und gegen Stum ist mir momentan wichtiger. Medica ist perfektioniert, das könnten wir vielleicht auch austauschen. Ups. Nein. Könnten wir vielleicht auch austauschen, wenn wir uns haben, das noch nicht perfektioniert ist. Natürlich, sehr gut. Die P-Verstärker passt. Stehen ist perfektioniert, aber das lassen wir so. Okay, ich speichern noch mal kurz. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, Daumen hoch. Ansonsten daumen runter. Fragen in die Kommentare. Und damit wünsche ich euch bis zum nächsten Mal natürlich, wie immer. Viel Spaß. Nächstes Mal geht es dann weiter mit etwas Story. Und dann geht es dann weiter mit etwas внутри. Oder bis zum nächsten Mal.